Ihr seid richtig bei Alles auf Start, der SEO-Einsteiger-Podcast für Startups und KMU mit Markus Hövener. Ja, da seid ihr ja schon wieder. Hallo, moin, herzlich willkommen zu Alles auf Start, Episode 66 ist es, glaube ich, heute. Ja, auch heute wieder eigentlich ein Thema, was ihr an mich herangetragen habt, wofür ich immer sehr dankbar bin. Also bitte macht das weiterhin, nämlich das Thema Soft 404. Auch da hatte ich letztens zweimal eine Nachfrage. Und ja, wenn man sich zum Beispiel mit der Google Search Console beschäftigt, dann kommt das irgendwann mal vielleicht und dann steht da Soft 404 und sehr viele tun sich damit sehr schwer. Und deswegen möchte ich dir erstmal heute erklären, was das ist. Das zweite natürlich, ja, wie du finden kannst, ob du damit ein Problem hast. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich versuche es mal für Nicht-Techniker zu erklären. So, Google crawlt ja deine Website. Nicht nur deine, sondern auch ganz viele andere und fragt verschiedene Seiten an. Und wenn das passiert, schickt es quasi eine URL hin und der Server sagt, habe ich oder habe ich nicht. Ich kann ja auch irgendeine kryptische URL eingeben. Ich denke mir einfach mal eine aus und dann sagt er natürlich, habe ich nicht. So, und je nachdem, ob er das hat oder nicht, wird der Server einen Status-Code zurückliefern. Bei 200 ist alles okay. Bei 404, das haben wir auch schon oft gehört, heißt es eben, habe ich nicht. Es gibt auch noch 410, aber da sollten wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Grundsätzlich gilt einfach nur, 200 heißt, das Ding habe ich. Und wenn etwas 200 liefert, dann kann es eben auch im Index landen. Sonst nicht. Das ist das Wichtige. Und die meisten Server machen genau das. Nämlich, wenn es eine Seite gibt, liefern die 200 zurück. Ja, und manchmal, manche Server können das eben einfach nicht. Also, was passiert dann? Und genau das ist der Soft 404. Das heißt, der Server liefert einen Code 200 zurück. Also, die Seite gibt es. Google schaut sich diese Seite dann an und glaubt aber, dass es eigentlich ein 404-Code sein müsste. Hm. Und das passiert eben manchmal. Dann ist so ein Server einfach falsch konfiguriert. Der leitet dann zum Beispiel um. Entschuldigung, ich habe irgendwie einen mittelgroßen Frosch im Hals heute. Also, dann leitet der Server zum Beispiel um, wenn es eine URL nicht gibt, auf die Startseite. Also, eine 301-Umleitung auf die Startseite und die liefert einen Code 200. Google erkennt aber, ja, das ist ja nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja was ganz anderes haben. Und deswegen, das ist dann ein Soft 404. Ja, das heißt, nochmal, der Server liefert einen Code 200 zurück, sagt, diese Seite ist okay. Google denkt aber, eigentlich hättest du mir einen Code 404 zurückliefern müssen. Und dann passiert eben genau das. Das heißt, Google impliziert dann diesen 404 und schmeißt die Seite aus dem Index raus. Das heißt, nochmal, der Server hat gesagt, habe ich diese Seite und Google schmeißt sie dann trotzdem raus. So. Interessiert euch das? Also, erstmal ist es geiles Partywissen, keine Frage. Aber auf der anderen Seite sollte man das natürlich wirklich mal testen. Man kann das relativ leicht testen, nämlich indem du dir einfach mal eine URL ausdenkst. Also, zum Beispiel www.deinewebsite.de Und dann hämmerst du mal ein bisschen auf die Tasten rein. KJ, SD, FL, KJ, SDF, 34105. Irgendeine URL, die es nicht gibt. Und diese URL, die es nicht gibt, die gibst du jetzt mal in das Tool httpstatus.io ein. Das ist ein sehr geniales Online-Tool. Jeder SEO kennt das, glaube ich, irgendwie. Da gibst du eine URL ein und dann sagt er dir halt, welcher Status-Code wird zurückgeliefert von einem Server. Und natürlich, wenn du so eine nicht existente URL eingibst, muss 404 zurückkommen. Und manchmal, relativ selten, gibt es eben Fälle, wo das nicht funktioniert. Dann ist der Server falsch konfiguriert. Dann kommt eben was anderes dabei raus und dann musst du deinen Server erstmal reparieren. Das war aber der einfache Fall. Das war der einfache Fall. Also, Server antwortet eigentlich falsch. So. Jetzt gibt es noch zwei Fälle. Der eine Fall ist der, du hast einen Online-Shop und du hast eine Produkt-Detail-Seite. Das Produkt selber ist aber nicht mehr lieferbar. Dann sagt Google auch, ja, sorry, oder kann Google sagen, so ist es richtiger. Ja, das haben wir jetzt verstanden. Das heißt, eigentlich gibt es das Produkt ja nicht. Der Nutzer kann es nicht kaufen. Und dann werden solche Produkt-Detail-Seiten auch mal gerne gesoft 400 viert, also aus dem Index entfernt, obwohl es sie eigentlich noch gibt. Und da muss man natürlich bei seinem, wenn man einen Shop, wenn man so einen Shop hat, sehr genau hingucken. Was steht da auf der Seite? Und wenn ich zum Beispiel weiß, dass so ein Produkt vielleicht einen Tag nicht lieferbar ist, dann ist es vielleicht manchmal gut, das einfach nicht auf die Seite drauf zu schreiben, damit Google eben diese Produkt-Detail-Seite gar nicht erst entfernen kann. Ist ein relativ spezieller Fall, passiert relativ selten, deswegen kann man das fast liegen lassen. Es gab aber gerade im letzten Sommer, also der Sommer 2021, da gab es ein Problem bei Google und das ist der zweite Fall. Und zwar, Google hat so Classifier gebaut. Das heißt, Google baut jetzt nicht so eine harte Regel und sagt, wenn das und das, dann das und das, sondern sie trainieren quasi eine Maschine darauf, solche Soft-404-Fälle zu identifizieren. Und das hat Google auch gemacht. Und ja, da war die Schraube einfach ein bisschen groß. Da hat Google einfach legitime Seiten als Soft-404 klassifiziert. Was war passiert? Es kann manchmal passieren, dass zum Beispiel im HTML-Code das Wort keine Ergebnisse steht. Also auch hier ein klassisches Beispiel. Du hast einen Online-Shop und du hast eine Kategorie-Seite, auf der es keine Produkte gibt, weil eben gerade kein Produkt dieser Kategorie zugeordnet ist. Dann könnte dieser Classifier eben sagen, oh, diese Seite hier, die hat ja eigentlich null Ergebnisse. Da ist ja nichts Relevantes drauf und deswegen klassifiziere ich sie auch als Soft-404. So, und dieser Klassifizierer, der war eben einfach ein bisschen zu grob. Der hat eben legitime Seiten auch als solche, als Soft-404 erkannt. Und manchmal steht im HTML-Code sowas wie keine Ergebnisse oder null Ergebnisse oder so etwas. Und deswegen kann das passieren. Und wir hatten interessanterweise in der Agentur auch einen Fall, bei dem das passiert ist, weil die eben dieses Code-Schnipsel in jeder Seite drin hatten, dass legitime Seiten aus dem Index entfernt wurden. So, das war jetzt viel Technikgedöns. Was bleibt für dich? Also, bitte nutze die Google Search Console und da den Report Abdeckung. Weil da würden Soft-404-Fehler angezeigt. Klick einfach oben alle Kategorien an, also die ganzen bunten Felder, da ist ja immer so eine Checkbox drin. Hack die alle mal an und dann solltest du sehen, ob du Soft-404-Fehler hast oder nicht. Noch mal, es passiert relativ selten, aber es kann passieren. Wenn du das siehst, dann wird Google dir URLs anbieten, bei denen sie eben geschlossen haben, dass das Soft-404-Seiten sind. Mehr Diagnose wird Google dir nicht bieten. Google wird nicht sagen, ich habe diese Seite jetzt rausgenommen, weil... Sondern dann musst du jetzt eben in die Diagnose gehen und sagen, ja, was ist denn falsch an der Seite? Zum Beispiel ist es ein Produkt, was nicht mehr lieferbar ist. Zum Beispiel ist es eine Kategorie mit null Produkten. Aber auch zum Beispiel steht das Wort keine Ergebnisse aus Versehen auf der Seite drauf. Also bitte guck da mal nach, ob du das Problem hast und vor allem guck regelmäßig nach, weil es kann sich natürlich auch immer im laufenden Betrieb da was einschleichen. Einschleichen. Gut. Ich habe dir nochmal zwei URLs in die Shownotes reinkopiert, wo es um diese Fälle aus dem letzten Sommer geht. Wenn du das nochmal nachlesen möchtest, mehr als gerne. Und ansonsten bin ich nämlich A für heute durch und B auch für den Juli. Ich werde nämlich ein bisschen Sommerpause machen. Bitte nicht wundern, wenn es nicht in zwei Wochen wieder eine Episode gibt, sondern erst in vier Wochen. Ich werde mich ein bisschen ausruhen. Ich werde neue Themen sammeln. Und ja, ich freue mich schon total drauf. Einfach auch ein bisschen ans Meer und Seele baumeln lassen. Viel lesen. Ab und zu gucke ich sogar mal einen Film. Total verrückt. Ab und zu gucke ich sogar mal Fernsehen. Ja, sowas mache ich dann halt im Urlaub. Ja, deswegen werden wir uns jetzt ein paar Wochen nicht hören. Aber ich denke, ihr kommt klar. Und wenn ihr einen Themenwunsch habt, schreibt mir das bitte. Ihr könnt mich gerne auf LinkedIn kontaktieren, zum Beispiel auf Twitter. Ihr werdet mich finden. Schreibt mir eine Nachricht, wenn euch ein Thema auf dem Herzen liegt. Dann werde ich mich natürlich... Höre ich mir das gerne an. Okay, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was. Und ja, Glück auf für euch alle. Bleibt gesund. Und ja, hoffentlich bis bald. Ciao. groups auf